Willkommen zu den Vivi-News. Im heutigen Video besprechen wir auf jeden Fall den nächsten und übernächsten Comic-Job und schauen uns ganz genau an, warum das Comic eigentlich ziemlich spannend ist. Und wir gehen auf jeden Fall auf den nächsten Livestream ein, denn dort habe ich wirklich einen unfassbaren Gast mit dabei. Da sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin Stein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News zum Wochenstart. Und ich würde sagen, wir starten heute auch direkt rein ins Video, denn ich möchte das Ganze kurz und knapp halten. Deswegen, let's go, ab ins Video. Und das erste Comic, was wir sehen werden, wird am Dienstag droppen. Das Ganze ist Amazing Spider-Man 121, einmal mit diesen Covern hier. Und bei diesem Comic handelt es sich um wirklich ein ziemlich spannendes Comic, beziehungsweise um einen sehr wichtigen Part der Spider-Man-Story. Denn in diesem Comic stirbt Spider-Mans Freundin Jean Stacy und dementsprechend hat das eine große, große Relevanz. Das Ganze wird am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit wie immer droppen, in einer super Limited Edition an dieser Stelle. Wenn ihr euch das Review anschauen wollt, findet ihr das Ganze einmal unten in der Videobeschreibung für das Comic und auch für das weitere Comic, was wir uns gleich anschauen werden. Ansonsten schauen wir uns mal hier kurz die Cover an. Natürlich wieder mit exklusiven Rare und auch Ultra-Rare-Covern an dieser Stelle. Und wir haben hier an dieser Stelle nur 5000 Comic-Editions. Das Ganze wird außerdem einen Listenpreis von 7 Gems haben. Und ja, wie gesagt, wird hier den Tod von Dream Stacy beinhalten. Tut mir leid, ich spreche das wahrscheinlich völlig falsch aus. Aber ja, ich kann es leider nicht anders aussprechen. Das aber dazu. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Preise dazu an. Und die sind, wie schon erwähnt, nicht allzu hoch. Für den 9.8 7500 US-Dollar ist ja jetzt mal so zu vielen anderen Comics auch ziemlich unterdurchschnittlich. Nichtsdestotrotz sollte man hier auf jeden Fall die Relevanz des Todes hier von Dream Stacy nicht unterschätzen. Denn das ist wirklich ein sehr wichtiger Part auch in der Spider-Man-Story. Dementsprechend nicht unbeliebt. Und meiner Meinung nach dementsprechend vom Preis nicht unbedingt hier interessant. Sondern eher von der Relevanz, was hier im Comic wirklich passiert. Und dementsprechend wird das auch bei Comic-Liebhabern bzw. bei Comic-Lesern auch sehr beliebt sein, diese Story. Und im Anschluss sehen wir tatsächlich auch hier noch ein weiteres Comic. Und zwar nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 122. Also noch sehen wir ein Comic darauffolgend. Und hier sehen wir den Tod von Norman Osborn, The Green Goblin. Und das ist wiederum hier ein weiterer sehr wichtiger Part in der Spider-Man-Story. Das Ganze wird hier am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Im Blindbox-Format natürlich wieder mit exklusiven Rare und auch Ultra-Rare-Covern. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Und ja, das ist wie auch schon erwähnt ein sehr wichtiger Part hier auch wieder in der Spider-Man-Story. Ich gehe davon aus, dass wir es hier auch wieder mit einer super Limited Edition zu tun haben. Also in etwa 5000 Stück. Hier, was wir sehen werden. Und das ist natürlich auch hier preislich dann interessant. Wie sieht das denn hier aus? Insgesamt, es gibt tatsächlich sogar hier eine 9.9, was auch sehr interessant ist. Habe ich auch selten gesehen. Eine 9.8 wird aber gerade mal für 3.800 US-Dollar verkauft. Was man hier aber an dieser Stelle auch anmerken muss. Es gibt hier einfach sehr, sehr viele Grades. Für nur 9.8, 99 Stück ist schon relativ viel. Und dementsprechend wirkt sich das auch auf den Preis aus. Aber wie gesagt, wir haben es hier mit dem Tod von The Green Goblin und beziehungsweise Norman Osborn zu tun. Was wirklich geschichtlich im Spider-Man-Universum sehr, sehr wichtig ist. Und dementsprechend hat das hier auch für Leserinnen und Leser eine sehr große Bedeutung. Beziehungsweise für Comic-Fans auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung. Deswegen würde ich beide Comics an dieser Stelle nicht unterschätzen. Ich persönlich nehme jedenfalls beide Comics mit. Ich bin mal gespannt, wie sich der Markt orientieren wird mit den Preisen. Ob er sich hier lieber an den Go-Collect-Preisen orientiert. Oder tatsächlich wirklich auch an den Real-Life-Sammler wert. Und ansonsten habe ich etwas Fantastisches zu verkünden. Und zwar werde ich nämlich einen Livestream machen. Und das mit keinem geringeren als Dr. Profit. Dem größten Vivi-Way mit über 17.000 Collectibles auf der Vivi-App. Und wir werden hier am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit ein AMA machen. Und darauf freue ich mich persönlich schon mal riesig. Deswegen schaltet unbedingt ein. Wir werden das Ganze auf Deutsch machen. Extra für euch als Community. Und dementsprechend nutzt die Chance. Das Ganze wird natürlich auch wieder eine Zusammenfassung hier auf meinem Kanal eventuell geben. Je nachdem, wie umfassend das Ganze und wie viel Wichtigkeit da auch wirklich drin ist. Aber sonst kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Ich packe euch auf jeden Fall den Link unten in die Videobeschreibung. Erster Link. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, auf eure Teilnahme. Ansonsten schauen wir uns immer ganz fix den Omikus an. Und der sieht momentan meiner Meinung nach jedenfalls erstmal relativ stabil aus. Wir haben uns hier in dieser Zone erstmal gefangen. So etwa von 0,0076 bis 0,0070. Und das ist meiner Meinung nach erstmal ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass hier der Preis erstmal nicht runterfällt. Wir sehen auch immer wieder Absorption hier in diesem Bereich von unten. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Für mich persönlich wäre jetzt jedenfalls der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen würde, ich würde nochmal ein oder zwei Euro hier auf jeden Fall nochmal in den Obitoken stecken. Aber auch nicht zu viel, denn es besteht weiterhin das Risiko, dass wir doch nochmal weitere Abverkäufe sehen. Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Zone erreicht, wo wir auf jeden Fall auch auf Support stoßen. Dementsprechend momentan auf jeden Fall kein schlechter Einstieg meiner Meinung nach. Aber ich muss auch anmerken, es kann weiterhin immer noch weiter nach unten gehen. Das sollte man definitiv an dieser Stelle nicht vergessen. Das heißt, man kann ja auf jeden Fall auch nochmal mit in etwa 20, 30 Prozent Einbüßen rechnen. Aber muss natürlich auch nicht sein. Das hängt natürlich auch ganz davon ab, wie sich der Omitoken jetzt in den kommenden Monaten und Wochen entwickelt. Was für Utility jetzt wirklich kommt und ob zum Beispiel auch Omito NFT jetzt wirklich auch in den nächsten Wochen bzw. Monaten kommen wird. Alles Einflüsse auf den Preis, aber das auf jeden Fall dazu. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen knackigen Video für den Wochenstart. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig da draußen bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen. Guten Abend, bis dann, Herr Käpt'n und schönen Wochenstart. Ciao, ciao.